Die How to Real Estate Web Show mit Robert Plantag und Michael Meier, präsentiert von Crowdhouse. Herzlich willkommen bei der How to Real Estate Web Show. Mein Name ist Michael Meier und heute bei mir der Herr, der auch gross drauf ist auf dem Cover vom neuen How to Real Estate Magazin, der Crowdhouse-Sier Robert Plantag. Guten Morgen. Guten Morgen, Michael. Machen wir, bevor wir heute anfangen, kurz ein bisschen Werbung stellen, das kurz vor das How to Real Estate Magazin. In diesem Jahr zum ersten Mal rausgekommen. 80 Seiten, viele, viele Geschichten über Immobilien, nicht nur über Immobilien, auch andere Sachen. Beispielsweise ein Interview mit Gino und Mauro Kawietzel, zwei Profi-Sier-NVR aus der Schweiz, mit Monisha Kaltenborn, Ex-Sauber-Team-Chefin, dann eben ganz, ganz viele Inhalte über das Kaufen und Verkaufen von Rendite-Immobilien. Sehr lesenswert. Das Ganze kann man sich kostenlos bestellen. Der Link dazu ist in der Description oder respektive in den Shownotes. Und wir fangen an. Wir gehen heute ein bisschen zurück, back to the basics, reden über ein ganzes, fundamentales Thema, über einen ganz spezifischen Liegenschaften-Typ, nämlich über Gewerbeimmobilien. Und zwar, was wir heute ein bisschen herausfinden wollen. Was ist speziell an dem Immobilien-Typ? Was muss man schauen, wenn man so eine Gewerbeimmobilie kaufen, respektive verkaufen will? Und vielleicht auch ein bisschen darüber, was der Gewerbe-Typ in den letzten Jahrzehnten geprägt hat und wie vielleicht auch in welche Richtung das auch in Zukunft gehen könnte. Bevor wir damit anfangen, vielleicht aber an dich einfach mal die ganz banale Frage. Was spielen Gewerbeimmobilien für Crowdhouse für eine Rolle? Also ich meine jetzt Crowdhouse nicht im Sinne von externen Deals, sondern für die Akquisition wirklich von Crowdhouse-Deals. Sie haben am Anfang eher eine untergeordnete Rolle gespielt, die wir gestartet haben. Mit unserem Crowdhouse-Modell haben wir uns hauptsächlich auf Wohnliegenschaften konzentriert und haben dann eigentlich im dritten Jahr gesagt, dass wir grundsätzlich offen sind gegenüber Gewerbe-Liegenschaften, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, die mir als wichtig erachten für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg von so einer Immobilie. Wie zum Beispiel die Nutzungsart dieser Gewerbe-Liegenschaft oder auch der Mietermix, der Ankermieter, die Mietvertragstauer. Und so haben wir eigentlich auch hier und da mal eine Gewerbe-Liegenschaft im Angebot bei uns. Was, oder KRARAS hauptsächlich fokussiert auf Wohnrendite-Liegenschaften, was macht Typ Gewerbe-Liegenschaft auf? Was sind so die Parameter, die so die Immobilienanlageklasse auszeichnen? Es ist natürlich eigentlich ganz etwas anderes als eine Wohnliegenschaft. Bei einer Wohnliegenschaft hast du grundsätzlich auch eine andere Klientel, wenn es logischerweise um die Mieter geht, respektive du stellst andere Überlegungen an. Du stellst schon Überlegungen an, wie wir es auch schon diskutiert haben in einer der letzten Folgen, was für Leute dort wohnen wollen, wo hat sie dann eine Schule, wo arbeiten die Leute, auf welchem Niveau ist der Mietzins, wie hoch ist die allfällige Mieterfluktuation. Oder vielleicht ein wichtiger Unterschied zwischen Wohn- und Gewerbe-Liegenschaften ist ja, dass du in der Regel bei Wohnliegenschaften, ja, das höchste der Gefühle, ist ein einjähriger Mietvertrag für eine Wohnung. Und bei Gewerbe-Liegenschaften tust du in der Regel auch auf mehrere Jahre vermieten, das heisst das Thema Fluktuation und, 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 und Mieterattraktivität ist ein anderes. Dann ein weiteres Thema ist Ausbau. Wohnungen tust du ja in der Regel voll ausgebaut vermieten, wo hingegen die meisten Gewerbeflächen im Rohbau oder Edelrohbau vermietet werden. Und dort gibt es dann auch ganz viele Sachen, die man beachten muss, oder zum Beispiel der Mieterausbau, wenn der gemacht wird, bis wohin gehört er am Eigentümer, ab wann gehört er am Mieter. Oder dass man zum Beispiel einen Mix macht, oder man sagt, der Eigentümer, um die Attraktivität der Vermietung zu steigern, macht man gewisse Basis-Ausbauten, wie zum Beispiel EDV. Was ist die Überlegung dahinter, einfach zu sagen, okay, wenn ich so ein Gewerbe-Immobil, ich rede jetzt von einem grossen, eigentlich, wenn ich das vermieten will, dann muss ich eigentlich dem, was es nimmt, eigentlich genug Spielraum geben, um das wirklich so ausgestalten, wie es er braucht. Ja, also es kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Gewerbe-Liegenschaft. Ich meine, grundsätzlich fällt das unter den Schirm von Gewerbe-Liegenschaften ja relativ viel. Oder Hotels, Restaurants zum Beispiel, das sind auch Gewerbe-Liegenschaften, oder einfach mit einer anderen Nutzung. Büro-Liegenschaften, Spezialimmobilien, wie Logistik-Center, Data-Center, ganz klassisch Büro-Liegenschaften, Retail-Liegenschaften, also quasi Läden-Einkaufs-Center. Aber auch zum Beispiel ein Ladenlokal, irgendwo in einem Erdgeschoss von einer Liegenschaft. Also typischerweise, wenn du so Stadt-Liegenschaften hast, hast du ja meistens noch im EG, unten innen irgendwie einen Laden oder vielleicht einen Kaffee. Und ja, der Unterschied, es kommt halt ein wenig darauf an, über welche Nutzungsart man spricht. Aber zum Beispiel typisch für ein Bürogebäude ist natürlich, dass du, wie du gesagt hast, möglichst viel Flexibilität am Mieter einräumst. Das heisst, dass auch die Grundrisse und die Architektur so geplant ist, dass du relativ einfach Wände einziehen oder wieder rausnähren kannst, spektiv so Grundrisse kreieren, wie es der Mieter sich wünscht. Was ja bei einer Wohnung eigentlich komplett anders ist. Oder da probierst du ja eigentlich antizipieren, was ist im Moment gefragt auf dem Mietermarkt. Und du machst entsprechende Grundrisse und Ausstattung bei einer Wohnung. Wohingegen eben auf dem Büromarkt geht es prinzipiell darum, dass der Mieter möglichst viel Flexibilität hat. Und dort kann man eigentlich Büroräumlichkeiten so gestalten, wie es für ihn passt. Eben ist dann natürlich halt anders, wenn man wiederum von Hotels redet. Das ist dann nochmal ein bisschen anders. Wenn es von Anfang an konzipiert ist als ein Hotel, wird das natürlich eingeplant. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass zum Beispiel irgendwann eine Büroleugenschaft umgenutzt wird, um ein Hotel gemacht wird. Auch dort muss man sich überlegen, wie macht man das? Welche Flexibilität hat man in der Gestaltung der Grundrisse? Und das Gleiche natürlich auch im Bereich vom Retail. Also von den Läden auch dort. Das kennst du ja vielleicht relativ gut. Oder wenn du an der Bahnhofstrasse oder sonst noch einmal in die Läden gehst, und einfach rein schaust und hinter die Kulissen schaust, dann siehst du ja in der Regel viele runtergehängte Decken und irgendwelche Wände, die reingestellt sind oder sonst dekorativ. Aber im Grundsatz ist das auch im Rohbau vermietet. So, dass eigentlich die Marke, also der Brand oder der Shop, der dort drin kommt, entsprechend seinen Stil dort auch einbringen kann. Also du hast vor allem jetzt einen Punkt angesprochen, der mir sehr wichtig ist, sicher der ganze Punkt, wie vermietet man das ganze Ding. Oder es muss klar sein, es ist mitunter eine grössere Herausforderung, einfach einen neuen Mieter für eine grosse Geschäftsleugenschaft zu finden. Unterhalt ist sicher auch ein ganz anderes Thema. Da spielt natürlich auch so eine Rolle, okay, wie wenn man jetzt bei einer Gewerbeligenschaft irgendwie etwas wirklich machen muss, z.B. in einer Büroligenschaft, viel schwieriger zu planen, weil wie kann ich dort etwas machen, ohne dass ich den ganzen Betrieplan nehme, z.B. Ja, das ist auch etwas, aber es ist natürlich im Sinne von Unterhalt auch anders, oder? Wenn wir jetzt z.B. bei uns im Büro, ist jetzt alles Mieter-Ausbau, also wir mieten prinzipiell das Büro, mieten wir im Edler-Ausbau. Und jetzt, interessanterweise, haben wir das aber vom Vormieter in einem gewissen, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Ausbau übernehmen können. Ähm, weil in den meisten Verträgen ist dann z.B. wenn du einen Ausbau machst und du gehst nochmal raus aus diesen Räumlichkeiten, musst du in der Regel den Innenausbau wieder zurückbauen. Eigentlich auf das, ähm, zu dem Stadium, das du gemietet hast. Also quasi bis in den Edelrohbau zurück, was natürlich auch wiederum mit Kosten verbunden ist. Und darum probierst du natürlich auch, wenn du einen Nachmieter suchst für eine Büroliegenschaft, natürlich den Nachmieter überzeugt, deinen Ausbau zu übernehmen. Aber das, was ich eigentlich raus wollte, ist jetzt z.B. bei uns, oder wenn wir jetzt so eine, äh, ich sage jetzt mal, eine Küche neu mit drin haben. Ähm, und da geht das Küchengerät kaputt. Das ist ja Mieter-Ausbau. Das ist ja so anders als in einer Wohnung, in der dann als Mieter der Verwaltung anläuft, und sagst, hey, mein, äh, ich sage jetzt etwas, oder wenn ein Geschirrspüler ist, kaputt, könnt ihr den ersetzen. Das kannst du natürlich nicht machen, weil der gehört dir als, als Gewerbemieter. Ähm, kann es natürlich extrem interessant machen, für Investor, weil du kannst eigentlich die Unterhaltskosten für besser planen. Das heisst, der Unterhalt von dir, wenn es jetzt eine Rohbaumiete ist, bezieht sich vor allem auf die Liegenschaft, auf die Infrastruktur, ähm, oder auch auf die Technik des Gebäudes, Lüftung, ähm, Klimaanlagen, und was auch immer. Ähm, und darum ist das, ähm, komplett unterschiedlich. Ähm, wenn du jetzt von Wohnligenschaften redest, wo eigentlich der komplette Ausbau am Eigentümer gehört. Machen wir mal ein kleines Planbeispiel, wenn wir gerade in einem Raum haben, wo ich sehr interessant finde, oder wir reden von uns im Büro. Der Raum, wo wir da sind, das ist unser neues Studio, das haben wir selber auf eigene Kosten umgebaut. Ähm, das ist früher ein Serverraum gewesen, ähm, seit wir da drin sind komplett ungenutzt, eigentlich eine riesen Fläche, die da gewesen ist. Ähm, hat es angenommen, wir haben das selber gemacht, und, und angenommen, dass wir irgendwann irgendwann aus dieser Liegenschaft wieder rausgehen. Wie würdest du, quasi, was wäre jetzt so der Standpunkt, wenn der Vermieter kommt und sagt, hey, was ist eigentlich mit dem Serverraum passiert, was wäre jetzt da dein Ansatz, um quasi zu sagen, hey, schau, eigentlich ist es ja mehr wert. Ähm, also, der ganze Serverraum war ja Mieterausbau von unserem Vormieter, oder? Wir haben ja hier bei unseren Büroräumlichkeiten eine Bank vor uns drin gewesen, und das sind noch die Seiten, wo Cloud Computing noch nicht so weit war, das heisst, die haben effektiv eigene Serverinfrastrukturen da drin gebraucht. Ähm, und als wir das Büro übernommen haben, haben wir halt dort einen Deal wo wir gesagt haben, hey, wir müssen das Ding zwar nicht zurückbauen, dafür kommen wir uns da entgegen und hier entgegen. Ähm, oder, äh, oder zum Beispiel auch gegangen, hey, schau, wir zahlen nicht für die Übernahme vom Ausbau, dafür haben wir irgendwann verpflichtet, den Serverraum zurückzubauen. Das sind so Überlegungen gewesen, die damals, ähm, eigentlich im Gange gewesen sind, aber jetzt zum Beispiel, äh, in Bezug auf das Studio, oder, wir haben ja das eigentlich so gemacht, dass, alles was da steht, von Kameras, ähm, Licht, Boden, Wände, mit Vorhängen ist eigentlich so gemacht, auch wenn ich jetzt da ein bisschen rumschaufe, das lässt sich relativ simpel zurückbauen, und am Schluss hast du eigentlich einfach da, äh, eine Büroräumlichkeit, die du nutzen kannst. Ähm, von dem her ist das jetzt jetzt relativ ein gutes Beispiel, dass man mit relativ wenig Geld, dass wieder, ähm, ein Mieter, der jetzt sagt, ich brauche kein Foto- und Videostudio, das einfach in Büroflächen umwandeln kann, wo es viel, viel schwerer war, natürlich, ähm, den Serverraum zu zurückbauen. Also du kannst dich erinnern, da waren wir ja monatelang dran, ähm, bis wir nur Leute gefunden haben, wo sie rückbauen wollten, und geschaut haben, was wir mit diesen Materialien machen, wie wir die rezyklieren, wer es die übernimmt, und so weiter, also das war schon recht in Büro zu sehen. Gehen wir zu anderen Aspekten. Ein wichtiger Aspekt ist grundsätzlich die Renditeerwartungen von solchen Objekten. Man hört, oder, man hört eigentlich relativ vieles, eigentlich grundsätzliches Renditepotenzial, das heisst das, was man erwirtschaften könnte, wenn es dann auch wirklich vermiedert ist, bei Gewerbeligenschaften oft höher ist als bei Wohnrenditeligenschaften. Ist das so? Ähm, das Risiko ist, also, ist auch wieder unterschiedlich. Ähm, abgesehen davon, welche Nutzungsart das du hast. Also zum Beispiel Gastro ist riskanter, als, ähm, wenn du jetzt irgendwie Food and Parage, also wenn du jetzt irgendwo ein Coop bei dir eingemietet hast, mit einem 20-jährigen Mietvertrag, dann ist das eher ein, sehr ein guter Mieter, ein sicherer Mieter, ein langfristiger Mieter. Das heisst, dort hat man weniger Risiko, entsprechend ist die Renditeerwartung tiefer. Hingegen ein Gastronomiebetrieb ist tendenziell eher grössere Schwankungen, ähm, ausgesetzt. Vor allem jetzt in Pandemiezeiten ist das eher ein Investment, das eher gemieden wird. oder, ich sage jetzt mal, nur spezialisierte Investoren, ähm, Entsprechend ist die Renditeerwartung dort höher, weil eine Rendite ist eigentlich immer eine Entschädigung für Risiko, wo du mit Kapital eingehst. Und so kannst du eigentlich grundsätzlich sagen, dass, ähm, Gewerbleigenschaften zwischen einer halben und zwei Prozent mehr Bruttorendite sollten abwerfen als Wohnlegenschaften an vergleichbaren Lagen. Eben, ich sage grundsätzlich, ähm, es kann natürlich sein, wenn du einen absoluten Top-Mieter hast, mit einem sehr langen Mietvertrag, dass du vielleicht mit der Bruttorendite fast schon als Wohnen hinkommst. Ähm, wir sind jetzt gerade in Verhandlung für ein exklusives Verkaufsmandat. Dort geht es eigentlich genau um so eine Geschichte, wo wir, ähm, einen von den beiden Grossverteiler drin haben, mit einem 20-jährigen Mietvertrag. Und, ähm, das Interessante daran ist, oder, wenn jetzt das als Investment betrachtet, das hat jetzt eine Bruttorendite, die praktisch vergleichbar ist mit einer Wohnlegenschaft an dieser Lage. Und wenn du jetzt einmal vergleichst, ist, du kaufst eigentlich die Liegenschaft, dir gehört der Rohbau. Alles, was da drin ist, muss der Mieter schauen, dass es unterhalten wird. Das heisst, deine Unterhaltskosten sind relativ tief. Ähm, du hast eigentlich eigentlich keine Fluktuation zu erwarten, weil du hast von einem von den beiden Grossen eigentlich einen Mietvertrag, der fix 20 Jahre dauert. Das heisst, auch wenn sie sich dort rausziehen oder zurückziehen, haften sie für diese Zeit. Müssen sie also einen Nachmieter finden. Du hast eigentlich, äh, praktisch kein Leerstandsrisiko für die Dauer von dem Vertrag. Ähm, ist für mich also ein Investment, das fast schon interessanter ist, als ein Investment in eine Wohnrenditeligenschaft ist. Und, darum es ist, es sind grosse Unterschiede, oder? Wohingegen jetzt, wenn das jetzt, wenn das jetzt irgendwie ein Elteres-, äh, äh, äh ein äh, äh ein älteres Haus ist, äh ein älteres Gewerbehaus, das gemischte Nutzung hat mit ganz vielen kleinen Mieter-Mietern mit Mit- mi- vertragstauern von einem halben Jahr Jahr oder soitatige, wo du nicht weisst wie gut die Bonität der Kaufschaft bei einem Geschäft ist. Oder wenn du einen Mieter hast mit einer fraglichen Bonität, bringt dir 30 Jahre ein Mietvertrag nichts, weil wenn es dann k 불cyadert, hetàilt und dann kommst du nur noch sehr schwer zu deinem Geld und darum gibt es extrem viele Dinge, die man sich dort umsachten muss. Vielleicht eine Frage, gemäss deiner eigenen Erfahrung oder gemäss deiner eigenen Einschätzung, im Vergleich zu Wohnungen in Italien, wie oft wechseln die Gewerbeligenschaften die Hand? Sind die eher seltener auf dem Markt oder sind die eher mehr auf dem Markt oder ist es eigentlich kein Unterschied? Ich hätte jetzt gesagt, es sind die, die in Gewerbeligenschaften investieren, respektive verkaufen, häufig semi-professionelle oder professionelle Investoren, wie spezialisierte Fonds, Pensionskassen usw., die hingegen im Wohnen in den Immobilienbereich häufig auch private unterwegs sind. Auch dort, wenn ein Privat im Gewerbebereich ist, ist es jemand, der eine Affinität dafür hat, eine Erfahrung oder eine spezifische Strategie definiert hat, wo er in diesen Bereich investieren will. Aber ich sage jetzt mal, die grosse Masse von privaten Investoren findest du eher im Wohnbereich, weil der auch einfacher verständlich ist. Auch schon das Vertragswerk ist viel einfacher und das ganze Drumherum, wo hingegen eben die Gewerbeligenschaften doch noch weitere Spezialkenntnisse erfordert. Verständnis von Verträgen, Verständnis von Unternehmen, die drin sind, von Branchen, von Branchenrisiken. Und darum, um deine Frage zu beantworten. Ich würde sagen, sie sind vielleicht etwa gleich oft auf dem Markt, aber vielleicht siehst du sie nicht ganz so häufig, weil sie sich eigentlich direkt im Bereich zwischen den semi- und professionellen Investoren direkt bewegen. Ein letzter Punkt, den wir minus achtens ansprechen müssen, sind die Erwerbsrechte. Stichwort Lex Koller. Es ist grundsätzlich auch für ausländische Investoren möglich, Gewerbeligenschaften mit Grundbacheintrag zu Erwerben im Vergleich zu Wohnrenditeiligenschaften. Und zum Beispiel, correct me if I'm wrong, aber ich glaube auch diese Erwerbsrechte da ist zum Beispiel im Besitz von ausländischen Eigentümern. Ob sie immer noch ausländisch sind, kann ich nicht sagen. Aber rein der Name der Gesellschaft hat mal darauf hingedeutet. Das ist ja so. Also es hat ja einen speziellen Grund. Es geht ja darum, dass du als Wirtschaftsstandort attraktiv sein kannst. Jetzt hast du irgendwie ein ausländisches Unternehmen und das will einen neuen Sitz errichten, in Zürich, in Zug, wo auch immer. Und ich stelle vor, die wollen einen neuen Hauptsitz errichten und sie wollen nicht mieten, sondern sie wollen einen Besitzer. Und du sagst, das geht nicht, weil ihr seid ausländisch beherrscht, dann würdest du dich eigentlich als Wirtschaftsstandort extrem unattraktiv machen. Darum geht das. Also mitunter einer der Gründe, warum du als Person im Ausland oder als ausländisch beherrschtes Unternehmen kannst du Gewerbeligenschaften in der Schweiz eigentlich problemlos erwerben. Man muss dort einfach aufpassen, wenn es eine gemischte Liegenschaft ist, die einen Wohnanteil hat, dann sieht das anders aus. Dann muss man das im Einzelfall nochmal anschauen. Aber reine Gewerbsliegenschaften ist das problemlos möglich, wohingegen das bei Wohnliegenschaften nicht geht. Du hast es schon angesprochen, es gibt ganz, wenn man von Gewerbeimmobilien redet, ist es eine ganze Spannbreite. Ich glaube, man muss deutlich unterscheiden zwischen, okay, das ist wirklich ein reines Gewerbeobjekt und ist dann auch als Investitionsalternativ etwas ganz anderes. Was man sehr viel sieht und auch sehr bei uns ist so die klassischen Mischliegenschaften. Ich sage jetzt mal so sechs Wohnungen oben drin und unten dran hat es ein Restaurant oder ein Nagelstudio oder was auch eher. Bei Kratos ist die Strategie eigentlich lange so gewesen, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich, dass so ein Gewerbeanteil in einem beschränkten Mass ist. Also ich sage mal so maximal 20 Prozent. Und ich gehe davon aus. Der Grund ist folgender, weil einfach wenn man eine Liegenschaft hätte, die sagt, okay, das ist Wohnen und Gewerbe. Und wenn man es rein von der Mietennahme betrachtet, ist irgendwie das Gewerbe 30-35 Prozent, ist aber vielleicht nur ein einziger Mieter. Dann geht man mitunter einfach relativ schnell ein grosses Klumpenrisiko ein. Gerade wenn es eben auch so Sachen sind wie Restaurants, die halt nicht mitunter nicht so einfach wieder zu vermieten sind. Das ist korrekt. Also wir haben eine solche Liegenschaft. Wir haben eigentlich bis jetzt, wenn wir sehr selektiv folgen, eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Aber das ist ganz wichtig. Oder du musst dir halt vorstellen, wenn du eine Liegenschaft in einer Stadt hast, eigentlich unten im Erdgeschoss, mag es vielleicht nicht so attraktiv für eine Wohnung sein. Das heisst, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn dort ein Büro oder ein Laden oder ein Restaurant drin ist. Man muss einfach entsprechend den Wohnteil anders diskontieren oder kapitalisieren als der Gewerbeteil. Man muss das eben differenziert betrachten, auch im Sinne von die Wohnung, betrachtest du die Wohnung und Mietzinsniveau und mögliche Wiedervermietbarkeit. Und im Gewerbeteil eben schaust du halt, was ist es für eine Nutzung? Passt die Nutzung an die Lage? Auch dort, wie teuer ist der Quadratmeter pro Jahr? Ist das irgendwo vergleichbar für die Region, für das Quartier, für die Strasse, was auch immer? Wer ist der Mieter? Wie lange ist der schon dort drin? Wie finanziell stark ist der? Wie lange dauert der Mietvertrag? Wenn der rausgeht, wie schnell, dass wir vorhin angesprochen haben, wie flexibel sind die Flächen? Was kannst du damit sonst noch machen? Wenn du jetzt natürlich einen vollen Ausbau hast für ein Restaurant mit Lüftung und allem möglichen, Küche und Kühlbox und allem möglichen, ist es nicht so einfach, das zu einem Büro umbauen und vielleicht auch nicht so lohnenswert. Und diese Überlegungen muss man sich halt machen und in die Sorgfaltsprüfung mit reinnehmen. Man muss auch beachten, dass Banken tendenziell bei Belehnungen von gemischten Liegenschaften ein wenig vorsichtiger agieren. Auch sie verwenden natürlich einen anderen Kappsatz für den Gewerbeteil an. Das Gleiche betrifft natürlich Bewertungen, die entsprechend den Gewerb mietet und anders rechnet. Wenn eine Liegenschaft gemischt ist, solltest du nicht die gleiche Bruttorendite erwarten, wie bei einer reinen Wohnliegenschaft. Das heisst, es muss irgendwo eingeprisen sein, wenn es anständig eingeprisen ist und das Konzept Sinn macht. Es spricht absolut nichts dagegen. Man muss einfach aufpassen, dass man es genau anschaut. Habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht mit Liegenschaften, die gemischt waren, wo man z.B. unten dran hat es ein Gewerbe drin, wo man sagt, okay, das ist eigentlich komplett unrealistisch, dass man das Gewerbe vermietet. Ein Beispiel. Es ist das Restaurant drin. Man hat versucht, einen neuen Pächter zu finden und man weiss eigentlich seit einem Jahr, wir haben keine Chance, einen neuen Pächter zu finden. Dass man sich dann überlegt, okay, können wir das eventuell auf Wohnen umnützen? Wie geht man denn dort davor? Und wie realistisch ist auch, dass das wirklich auch funktionieren kann? Okay. Es gehört natürlich zu unserem täglichen Brot oder so Analysen und Entscheidungen zu machen. Sei es beim Einkauf oder auch beim Bestand. Und natürlich versucht man zu optimieren. Es ist schwierig, einfach pauschal eine Antwort zu geben, auf wie schwierig ist das. Es hängt damit zusammen, was für eine Zone das ist. Kann sein, dass es vielleicht eine Umzonung gibt. Denkmalschutz ist ein grosses Thema. Das sowieso. Aber natürlich auch, ich sage jetzt mal ein wenig, die Gegebenheiten vor Ort. Wenn du das anschaust und du hast vielleicht, ich sage jetzt etwas Banales, es ist eine Lagerfläche ohne Fenster, ja, wirst du es wahrscheinlich nicht zu einer Wohnung umnutzen können. Wahrscheinlich. Das spielt eine Rolle, dann darfst du es von der Ausnutzung und der Zone. Oder ist es vorgeschrieben, dass dort ein Teilgewerb muss sein? Mit wie vielen Kosten ist es verbunden? Das umbauen, rückbauen, umzonen. Und lohnt sich das nachher auch? Dann würdest du vielleicht natürlich auch alle anderen Optionen in Betracht ziehen. Wie, okay, das Restaurant geht nicht. Ist es vielleicht einfacher aus dem Restaurant, ich sage jetzt auch wirklich ein Beispiel, ein Quafferstudio machen? Vielleicht ist das ja einfacher, als eine Wohnung daraus zu machen. Also, du prüfst ständig eigentlich alle möglichen Optionen, die du hast. Wege ab, Kostenertrag natürlich, Risiko, Rendite und dann fehlst du nachher eine Entscheidung. Wenn man sich vielleicht die Frage stellt, wieso gibt es denn so viele gemischte Liegeschaften? Dort spielt es sicher auch eine Rolle. Es gibt einfach auch gewisse Vorgaben von einer Gemeinde. Also wenn du sagst, okay, ich muss so viel Wohnfläche bauen, dann wollen wir eigentlich so und so viel quer behalten. Und ich sehe ab und zu auch Liegeschaften und ich finde, okay, ich verstand vielleicht die Vorgaben, aber macht jetzt das wirklich Sinn, dass man dort im absoluten Wohnquartier unten dran komplette Dinge hat? Korrekt. Ja, das ist halt die Bau- und Zonenordnung, oder? Und ich meine, die Idee oder die Philosophie von der Bau- und Zonenordnung geht es ja darum, dass du, also die Grundidee ist ja, dass du sauber im Städtenbau oder wie auch immer oder generell die Zonen dranst. Oder du willst nicht irgendwie eine Kehrrichtverbrennungsanlage mit deinem Wohnquartier haben, habe ich zwar auch schon gesehen, das Öhrlücken, aber gerade neben dran. Aber die Idee ist ja, du willst Industrie etwas trennen, du willst ein bisschen Büro trennen, du willst irgendwie eine gewisse Zentrumsfunktion. oder wenn du vor allem in einer Kernzone im Zentrum von einer Ortschaft ist es halt wünschenswert, vielleicht für eine Gemeinde oder für eine Stadt dort auch ein Gewerbe zu haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewerbe sind. Es sind Arbeitsplätze, die Leute müssen irgendwo arbeiten. Also ein gesunder Mix macht schon Sinn. Aber ich gebe dir recht, manchmal gibt es Zonenpläne oder Vorgaben, die du dich fragst, wo du sagst, ich müsste dir ja wissen, dass ihr da nie einen Gewerbemieter rein kriegt. Und was habt ihr davon, wenn ihr die Zonen dann so belohnt und nachher haben irgendwelche, ich sage jetzt mal einfach leerstehende Gewerbeflächen, aber es wäre extrem gefragt, der Wohnraum. Da kannst du halt manchmal nicht viel machen, weil es politisch bedingt ist oder es geht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis man das mal umzohnt. Das ist halt so, wie es ist. Das ist halt, wenn man zu einem gewissen Grad in freien Märkten eingreift, geht es halt nicht nur um Angebot und Nachfrage, sondern auch um gewisse Rahmenwerke, die man halt einfach will oder muss durchsetzen. Okay. Wir gehen jetzt einmal davon aus, ein Investor sagt, ich will bewusst wirklich in dieses Segment investieren. Erstens, für was für einen Typen Investor ist das wirklich, wo man sagt, für dich eignet es sich vielleicht wirklich in diesen Bereich hineingehen. Punkt 1 und vielleicht einfach nochmal kurz zusammengefasst, was sind so die wichtigsten Punkte, wo jemandem, wo du etwas kaufen wirst, wirklich anroten wirst, auf was er schauen muss. Eben, was für ein Typ, würde ich sagen, semi-professionell, professionell. Professionell sind für mich ganz klar institutionelle, wie Fonds, Pensionskassen, Immobiliengesellschaften. Da gibt es ganz viele, die spezialisiert sind auf Gewerbe. Die triffst du auch häufig an, das macht auch absolut Sinn, weil die verstehen ihr das Metier. Die semi-professionellen würde ich jetzt als vermögendere Privatpersonen mit guter Immobilienerfahrung bezeichnen. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich es jemandem empfehlen, der sich damit auseinandergesetzt hat, der es versteht, das Investment, die Risiken, die Chancen und Risiken, der vielleicht auch die Branchen versteht, der dort soll einmieten und versteht, in was für Zyklen sich bewegt, respektive was für Chancen und Risiken die Branchen mit sich bringt. Definitiv jemand, der etwas von Mietverträgen, Gewerbemietverträgen versteht oder einen Berater hat, der einem dort hilft. Und jemand, der auch das spezielle Anlegerprofil mit sich bringt, der sagt, grundsätzlich wäre ich eigentlich interessiert an einer höheren Rendite. Ich bin auch bereit, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass das vielleicht länger leer steht, anders als eine Wohnung. Und dann natürlich auch ausländische Investoren, die einfach in der Schweiz, in Schweizer Immobilien Kapital anlegen wollen. Für diese sind natürlich die Gewerbelegenschaften auch interessant. Das war die zweite Frage. Ach doch, was die wichtigsten Punkte sind, die man schauen müsste. Ja. Reden wir ein bisschen darüber, wir hatten jetzt gerade Corona und dann hat man es eigentlich schön gesehen, wenn man zum Beispiel so klassische Immobilienfonds angeguckt. Die, die beim Wohnen fokussiert sind und die, die beim Gewerbe fokussiert sind, die, die sich beim Wohnen fokussiert sind, sind zwar auch kurzzeitig eingebrochen, haben sich aber relativ schnell wieder stabilisiert. Beim Gewerbe schaut es einfach anders aus, weil quasi Corona, man sagt, das hat eigentlich eine Entwicklung, die so oder so schon im Gang war, Homeoffice etc. eigentlich nochmal massiv beschleunigt hat. Wie hat sich generell die Gewerbe-Nutzung über die letzten Jahre, vielleicht auch über die letzten Jahrzehnte verändert? Und vor allem, wie sieht es aus in der Zukunft? Wie siehst du selber wirklich, vor allem im Bereich Büroflächen, wie sich dort vielleicht auch das Nutzungsverhalten könnte ändern? Es sind ja mehrere Trends, die eigentlich im Gange sind. Wenn du ein paar Jahre oder Jahrzehnte denken wir zum Beispiel an unsere Grossbanken. Die haben ja eigentlich die ganze Zürcherinnenstadt besetzt. das heisst, wenn du durch die Stadt gelaufen bist, Bahn und Strasse, Paradeplatz, Löwenstrasse, wie auch immer, hast du prinzipiell CS, UBS gesehen und andere Privatbanken, die sich dort nicht erklärt haben, weil es ist um Preistisch gegangen, es ist darum gegangen, man will repräsentativ sein und man will irgendwie alles an einem Ort haben. Ein Trend war, die haben sich angefangen zu zurückziehen aus den Zentren, weil die extrem teuer sind und sind dann jetzt irgendwo auf Opfiken und auf Schaffhausen und sonst woher. Nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Aber es war plötzlich nicht mehr so wichtig, dass man eigentlich irgendwo in einer Preistischlage ist, sondern man hat einfach Büros gebaut, wo man viel Fläche hat, wo es nicht so teuer ist. Das ist so mal eine Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt vor allem ein bisschen schaust, da bei uns um den See rauf herum oder auch Swiss Re und Swiss Life und Zurich Insurance oder hier und da immer noch eine Hauptsitzung in einer teuersten Lage in Zürich ist natürlich auch zum Teil historisch bedingt. Also eine gewisse Attraktivität hat das trotzdem beibehalten. Vor allem auch dort, wo das Preistisch vielleicht gefragt ist, wie bei einer, ich sage jetzt mal, bei einer Privatbank will man gleich noch an so Lagen sein. Vielleicht lässt man dann den Teil, den man Kunden empfängt an so einer Lage verschiebt, das Backoffice auf Altstetten. Zum Beispiel, wenn es mich nicht täuscht, Julius Bär, der grosse Büro in Altstetten hat. Das war sicher ein Trend, wo ich gesehen habe, dass nicht mehr alle bereit waren, die extrem hohen Büromieten in der Stadt Zürich zu zahlen. Ich kann mich noch erinnern, da waren 800 Franken den Quadratmeter im Jahr keine Seltenheit. Du hast zwar spezifisch auf Büro angesprochen, aber auch wenn man Retailflächen anschaut. Andere grossen Bereiche. Das ist auch noch interessant. Früher hast du viel, dort ist eine andere Entwicklung, dort geht es meiner Meinung nach darum, dass die grossen Marken, sei es jetzt die grossen Nauerenmarken oder die grossen Luxus-Label, dass die einfach vertreten werden an einer Bahnhofstrasse zum Beispiel. Und früher hast du noch viele kleine Läderchen oder familiengeführte Läderchen, die sind praktisch komplett verschwunden. Ich meine, genau so ist ja der Manor verschwunden, weil das einfach viel zu teuer geworden ist und weil das wirklich, es hat eine andere Form angenommen. Ein Louis Vuitton sagt sich, ich will an der Bahnhofstrasse präsent sein, weil das ist irgendwo ein Teil meiner Marke, ein Teil von meinem Image. Und die Miete, die ich dort zahle, ist zwar horrend, aber sie ist für mich ein Teil vom Marketing. Und die Läderchen verschieben sich dann. Das heisst, ja, du hast auch dort in diesem Bereich einen Trend Richtung Online-Shopping, der vor allem jetzt auch noch verstärkt durch die Pandemie noch mehr Aufschwung bekommen hat. Aber irgendwie scheint es doch noch relevant zu sein, dass du gewisse physische, wie soll ich sagen, Präsenz für gewisse Marken zeigen kannst. Und darum ist fraglich auch, in welche Richtung es geht. ist es tatsächlich so, dass sich alles in E-Commerce bewegt? Ist es so, dass sich vielleicht ein Teil in E-Commerce bewegt, aber die Leute auch noch in 20 Jahren immer noch das Bedürfnis wollen, irgendwo lokal einkaufen? Auch wenn du vielleicht innerhalb von einer Stunde die Lieferung von Online-Shopping irgendwann mal herkriegst und das nicht mehr ein Argument ist, vielleicht das Shopping-Experience ein Argument wird. Dann musst du natürlich auch ein bisschen schauen, Entwicklung von, so ein bisschen im Bereich der Grünen, der Umwelt, oder Parkplätze werden in der Innenstadt Wie kommst du an so dorthin? Du gehst mit der ÖV dorthin, oder gehst du vielleicht mit der ÖV auch wirklich einkaufen, wenn du 5-6 Einkaufssecke mit nach Hause nimmst? Oder lässt du es bleiben und kaufst es online? Das sind viele Sachen, wo ich dir keine Antwort geben kann, weil ich da einfach nicht spezialisiert darauf bin, wie so Entwicklungen sind. Aber ich glaube, der Trend geht schon sowohl bei den Büros und sowohl auch beim Retail sehr stark in Flächeneffizienz. Ich glaube, beim Retail für mich zum Beispiel das Modell, das man immer mehr sieht, ist, das sind so klassische Hybrid-Läden. Man geht eigentlich dort hin, man kann vielleicht das Produkt anschauen, aber man gibt zum Schluss ich zum Beispiel meinen Kinderwagen so gekauft. Also wir sind dort hin, haben den Kinderwagen ausprobiert, schlussendlich hast du einfach ein Panel gehabt, hast es bestellt und hast es eigentlich dort gleich nach Hause bestellt. Und that's it. Für den Laden selber super, weil er braucht viel weniger auch Logistik-Ressourcen vor Ort. Weniger Personal. Weniger Personal, oder? Und bei den Büros geht es in eine ähnliche Richtung, obwohl ich glaube, man hat am Anfang der Pandemie auch komplett überreagiert und quasi gesagt, ah ok, das ist vorbei mit den Dingen und die Leute werden nie mehr zurück ins Büro. In der Zwischenzeit haben glaube ich sehr viele gemerkt, dass der goldige Weg wahrscheinlich in der Mitte liegt und nicht... Absolut. Weil es einfach... Ja, der menschliche Kontakt braucht es einfach beim Schaffen. Da bin ich zum Beispiel auch voll davon überzeugt. Also erstens ist es das. Ich finde, Homeoffice ist absolut überbewertet. Das mag schön sein, Tag zwei, in der Woche vielleicht auch drei wegen meiner. Aber erstens willst du mal wegkommen von zu Hause. Du willst soziale Kontakte. Drittens, denk mal an den Städtebau. Ich meine, es ist ja so konzipiert, dass eigentlich geschaffen wird, wo die Büroräume sind. Die Büroräume sind in der Städte, gewohnt wird im Dorf. Oder ausserhalb, in der Regel. Oder respektive Wohnquartiere. Du hast die Infrastruktur nicht gar nicht. Oder nicht in diesem Ausmass. Du sitzt zuhause im Homeoffice, du willst über den Mittag essen. Du hast nicht die gleiche Vielfalt an Restaurants oder Infrastrukturmöglichkeiten, wie du sie vielleicht in einer Stadt hast. Oder irgendwo, wo es mehr Büroflächen hat. Weil logischerweise ist es ja so, dass ein Restaurantbetreiber sich überlegt, wo sitzen die Leute über den Mittag. Ja okay, die sitzen halt hier in der Stadt. Gut, ich habe ein Angebot für Leute, die arbeiten, ein Mittagsmenü. Wohingegen jetzt bei mir, ich wohne in pfeffigen Schweiz, in einem Wohnquartier, dort hat es kein Restaurant. Das heisst, wenn du im Homeoffice bist, ist das Einzige, was dir übrig bleibt, zuhause kochen. Und das sind so Überlegungen, die dort natürlich auch noch reinvliessen müssen. Als Schlusswort komme ich nochmal sehr gerne zurück auf das How to Real Estate Magazin. Hier drin hat es auch ein Interview mit Lorenz Kettmeier. Er ist Geschäftsleiter von Projekt Interim, ein Unternehmen, das sich auf Zwischernützungen insbesondere auf der Geschäftsfläche konzentriert. Und ihm habe ich eigentlich genau die gleiche Frage gestellt. Er hat gesagt, was ist so der grösste Trend, den du in der Gewerbeliegerschaft siehst? Und seine Antwort war, in Zeiten, wo du ganze Flächen, also keine Ahnung, 10'000 Quadratmeter einfach an einer Bank oder an einem Grosskonzern verkaufen kannst, sind vorbei. Du musst viel fraktionierter denken. Auch diese gehen nochmal an und sagen, komm, gib mir einfach mal den Blog. Sondern auch diese überlegen sich eben sehr, sehr Quadratmeter effizient. Stichwort auch Shared Office Spaces. Hey, wie können wir auch wirklich den Platz nutzen? Dort seht ihr eigentlich den grössten Bedarf, auch Umstrukturierung von bestehenden Büroflächen in der Zukunft. Danke vielmals, hast du dir heute Zeit genommen. Ich sage es nochmal, wenn sie eine Ausgabe haben vom How to Real Estate Magazin, der Link ist in der Description oder in der Shownotes. Danke, hast du Zeit genommen. Bis zum nächsten Mal. Die How to Real Estate Webshow gibt es jede Woche neu auf crowdhouse.ch slash YouTube oder als Podcast auf allen bekannten Podcast-Kanälen.